ja und damit hallo und herzlich willkommen zum München Marathon beim Entscheidungsvideo von Citibus im Alter 2 äh gerade schlecht und um glauben gerade mit unserem schlecht frisierten Charakter um durch die Straßen die Frisur ist einfach Gold wert um und der Marcel der ist gerade auch da ja hallo erst mal okay das war's auch schon von ihm ich möchte oder wir möchten und ihr alle möchtet und sowieso jeder möchte jetzt das Ergebnis oh jetzt ist der Charakter erschöpft möchten das Ergebnis wissen ja und und die Glücksfee und die Glücksfee Marcel wird jetzt das Ergebnis ey guck mal hier gib mal was zu trinken hier Cola 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 die war bei Netto die Erzülle Tüte okay ihr habt alle schon drauf gewartet drei Wochen lang und naja zwei bis drei Wochen lang es ist schon ein paar Tage her dass wir das gemacht haben ja wir sind auch mit diesem Arathon weiter man merke bemerkt man wenn man diese ganzen Fehler hier sieht zum Beispiel das da das da ja jetzt hat noch ein Fehler du willst noch einen Fehler zeigen ja 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 ich weiß ich weiß was du meinst die sind alle weg so laufen wir weiter das ist erst also das ist das Update 1.2 das nächste Update ist schon draußen das ist aber das sind für ihn mit einem Index und er hat jetzt erst mal die große Entscheidung möglichen habe ich gesagt meine ich zumindest und jetzt erst mal kurz der Back den Zettel wir es zeigen möchte ich glaube es wird dann auch ja auch nicht weiß das ist nicht Spaß beiseite jetzt lauf mal den Marathon weiter und es waren sehr schöne Momente in München lauf jetzt und das Ergebnis ist es gab Dislikes also Nose und die 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 ja ich bin ich bin ich erlaubt und hat klauen es gab es sechs und das Nix das heißt sie machen ein Netz sollte die die im Landwirtschafts-Simulator 2013 was dagegen haben gibt es zwei Möglichkeiten ich schreibe einfach uns an das fällt überhaupt nicht auf wer wer sind wir ey das sieht aber irgendwie geil aus okay da gibt es zwei Möglichkeiten entweder ihr klaut das ihr guckt euch das Let's Play einfach nicht an wir haben ja noch ein paar andere die ihr angucken könnt oder ihr Uwe 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 ja ja ich weiß die die das Ding heißt Uwe die Tüte jetzt kannst du lenken ich hab nur festgehalten so das heißt ihr könnt ganz ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben wenn ihr das letztendlich nicht sehen wollt oder keinen Bock habt wenn es mehr Leute für nein sind als für ja dann werden wir es natürlich wieder absetzen weil es nichts bringt wenn wir nur zehn Zuschauer haben und das wäre dann dumm dann bräuchte schon ein paar mehr äh ja also das heißt wenn jetzt ein paar Leute jetzt Milliarden Leute sag ich jetzt mal schreiben würden wir wollen kein Let's Play dann setzen wir es natürlich sofort ab das dürft ihr dann entscheiden so und da wir das jetzt nicht in die Länge ziehen wollen was werden wir zeigen ja wir werden ein paar Linien zeigen den Verlauf eines Busfahrers der ja sehr sehr spannend ist unsere Fahrkünste werden wir zeigen und ich hab mir vorgenommen und Tobias auch warte kurz dass wir unsere Fahrkönnen verbessern das heißt von Folge 1 sag ich jetzt mal Niveau 0 zu Folge 50 50 Niveau 100 also ihr könnt selbst miterleben wie gut wir und wie für wie wir uns verbessern zumindest ich bei Tobias weiß ich nicht so äh oh Schöner Popo ok hier jetzt darfst du reden ja natürlich zeigen wir auch wie was Busfahrer für schlechte Frisuren haben ja ähm vor allem ich werde meine Fahrkünste verbessern wobei so wenn das so ist wie jetzt wird das jetzt gleich glaube ich lustiger ähm ich werde es vielleicht doch nicht verbessern nein ich werde ich werde aber nicht ähm üben ihr werdet mein Fortschritt im Let's Play ähm wo beobachten können beobachten können und äh ja ich hoffe dass das Let's Play nicht zu langweilig wird und auch mal ein bisschen Action geboten ist und ja wir können noch nicht genau sagen wie viele Folgen es gibt also also es könnte 15 Folgen geben aber auch 50.000 ähm äh das variiert halt was man alles zeigen kann und wie schnell wir dabei sind also können wir noch nicht ähm so viel sagen aber ich kann von meiner Sicht schon mal sagen es gibt auf jeden Fall oh es kann wird auf jeden Fall nicht so viel oder man kann auf jeden Fall nicht so viel zeigen wie ähm bei Eurotruck oder Landwirtschaft ja schöne Schuhe übrigens ähm ja ja dann ist dieses kleine Entscheidungsvideo auch schon vorbei wir haben heute den München Marathon sozusagen als nullte Folge abgeschlossen und fangen dann mit den Taschendiebstahl bald oder eher gesagt nächsten Monat also im April mit unserem mit unserem Let's Play an ja jetzt noch ein Taschendiebstahl ähm und ähm wir sagen bis dann eure Jungs von S2LP und wir sehen uns wieder bei Let's Play Cityboost Simulator 2 bis dann